Ausgangsstellung breiter Stand, leicht in die Knie gehen, Hände auf die Oberschenkel aufstützen, Rücken bleibt gerade. Einatmen, Gesäß nach rechts ziehen, gleichzeitig Kopf und Oberkörper nach links drehen und nach hinten schauen. Ausatmen, in einer kreisförmigen Bewegung von links nach rechts in die Ausgangsstellung zurück. Übung danach auf die andere Seite durchführen. Wirkung bringt die Wirbelsäule zum Schwingen, wirkt gegen Nervosität.